servus glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren folge rast ja schuldig kurze unterbrechung aber wie gesagt hals nase macht alles gerade nicht so mit wie sein soll ja nächster morgen ist da ihr seht wir sind schon safe auch selbst wenn jetzt hier einer stehen sollte eins der was uns noch fehlt ist der schlafsack ja können sie zwar schreddern aber ich will jetzt hier die ding ist eben in dem boden nageln lasse ich mal hier ja brennen jetzt schon die ich brauche natürlich erst noch erst noch ein regal und na ihr wisst schon zwei große kisten aber danach geht es direkt auf die halbautomatische ich habe jetzt gar nicht geguckt wie viele leute hier drauf sind ich schaue gleich mal eben wenn wir die fässer hier gemacht haben und den hut zurückbringen hier wäre nicht schlecht damit wir unseren schlafsack machen können ein dritter ofen natürlich auch nice werden wir aber auch zusammenbekommen ja mein hals wird gerade wieder ein bisschen schlechter beziehungsweise die nase auch aber ich hoffe mal es geht noch dass ich noch zu verstehen bin wir haben wir wie viel dinge jetzt bohren da hinten ist ein schwein oder was das kommt auf jeden fall hier hin das ist schon mal was selbst mit dem heady haut es ab dann schlägt es auch noch einen haken ja gut ich muss hinterher es nützt nichts sehr das schlimme ist dass es vier treffer brauchen ja wie gesagt den loot ja eins ist der vorteil daran und verbessert seinen bogenskill oder ich mein ich muss hier jetzt auch mal bald aufklären kommt auch noch dazu ich bin jetzt hier aus meiner kleinen ecke da hinten nicht raus wir werden erst noch die fässer hier mitnehmen das nützt nichts bevor wir eine aufklärung machen das so ein bisschen grundlagen haben wenn wir noch ein bisschen holz machen für die öfen schon mal und dann werden wir mal hier richtung waren hauser leuchtung gehen da ist noch ein schwein sehr geil die sache ist natürlich das hier so bleibt mit dem loot da brauche ich gar nicht woanders hin kann ich ab und an zur kuppel rüber oder zum ding ins um mein waffenteil zu finden aber alles andere holt sie eh aus den normalen fässern und kisten da brauchst du ja nicht irgendwo nach raststadt rein deswegen nutze ich das hier gerade auch eiskalt aus mit den fässern ja und ihr habt gesehen wie schnell die bude stand klar es muss noch eine etage drauf das werden wir auch gleich noch in angriff nehmen aber selbst so ist hier schon safe ich bringe es eben rein bevor wir noch zum schwein gucken ja dann haben wir drei wände das ist eine decke tausend und steine oder was kein platz für nähzeug obwohl wir können das mal so machen ja muss ich direkt umsetzen den stoff nützt nix auch schon wieder 30 nur durch fässerklocken so haben wir jetzt schon irgendwo knochen guck mal zweiten bogen haben wir auch weiß ich auch nicht warum ich die 5 erst weg packe und dann wieder 900 holz gab es auch noch dann machen wir es nämlich doch so und machen mal 10 dabei das können wir hier auch direkt wieder weg machen so hat man nämlich hier den schlafsack reinkriegen perfekt zack ja wie gesagt ihr habt ihr keinen platz für ein reparatur table und so ein gedöns kann man aber zur not einfach draußen einen raum bauen zum beispiel alles nicht so wild wir haben die halbautomatische schon fast zusammen es läuft alles hier muss ich nur noch ein bisschen schießpulver machen gut die axt ist bald hinüber muss ich doch mal 75 klauen mal gucken ob die sau hier noch rumläuft nicht so aus ne na wir laufen mal hier lang wir haben weder nicht geguckt wir gucken gleich versprochen leute da ist er doch wahrscheinlich finde ich jetzt wieder einer ja ich hab's gewusst egal 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 ja das schöne ist wir haben auch direkt gegenüber die höhle wie gesagt da können wir auch mal gucken mich auch mal reizen da mal jetzt oh sehr geil muss ich erstmal safen ja ihr seht ne die loren haben immer was heißt immer aber ihr habt da echt gute chancen auf guten loot ja und das wahrenhaus ist eigentlich nur interessant die beiden kisten ist jetzt nicht so wichtig die da rumstehen es ist halt interessant in dem schredder boah alles voll ich werd schon wieder bekloppt hier ne ich muss erstmal noch eine kleine hier hinballern können wir das immer wieder rausnehmen nehmen wir das nämlich hier auch mal raus können wir schon mal aufladen so haben wir nämlich schon mal wieder eine ausrüstung hier ne ja komm wird fertig ach so wir können ja mal eben gucken oder ich kann mal eben gucken ja 20 leute haben wir jetzt drauf ist okay wenn das alles singe spieler sind wie seht ihr habt ihr gesehen kleine karte jetzt mal eine staffel zwei denke ich weiß gar nicht waren es 150 oder was ich hätte ja gesehen wie viele basen da waren aber feinkontakt gab es da auch wenig also man muss da immer ein bisschen differenzieren können sagen wir jetzt hier mit 20 leuten spielst wenn das viele solospieler sind sehr geil können wir gleich zum fässer schlagen wenn die kaputt ist dass wir dann mehr action kriegen wie so ein 150 mannen server vor allem wenn wir hier looten gehen weil da ist ein bär und ein schwein weil der server eben weil die map im map eben klein ist aber ich glaube der haut eh ab wenn ich ihn anschieße das ist mal so mal so so hier oh man ey haut schon der bär ab ne der war aber schon angefreckt oder drei schüsse nochmal da drüben haben wir schon nachbarn sieht immer noch nach holz aus war schon mal gut zu wissen müssen wir im auge behalten hammer echt läuft hier echt ohne ende ich lasse es gleich mal stehen schonmals abschreckung damit sie wissen dass hier jemand wohnt also versteckt gebaut haben wir ja eh nicht wieder 20 sprit im sack hinten ist noch ein schwein ja wie gesagt leute ich wollte eigentlich eine aufklärungsrunde machen aber hier seht es selber ne ich kann gar nicht so schnell ich kann gar nicht so schnell die fässer wegschlagen wie sie spawnen ich muss natürlich jetzt gleich erstmal zusehen dass ich den zweiten stock drauf krieg in der nacht baue ich dann das regal und die kisten halt aber das brauche ich euch ja jetzt hier nicht mit vorführen kann man so lange Platz haben nehmen wir sie mal auf ich weiß nicht ob das gehört oder war das jetzt nur was ich hier weggeschmissen habe oder das ist kein tier gut wir werden mal oder ist doch ein tier auch schwer zu sagen wir müssen jetzt auf jeden fall hier schon mal ein bisschen umswitchen wir müssen jetzt auf jeden fall hier schon mal ein bisschen umswitchen komm her du dummes komm her du dummes dann macht es keinen Haken ne unseren Nachbarn müssen wir dann mal im Auge behalten aber ist doch geil dann haben wir schon mal ein Weltziel können glaube ich sogar schon Flammenwerfer in Angriff nehmen aber da der Server hier nicht so voll ist lass ich sie erst mal machen sei denn er kommt rüber und will mir hier irgendwie auf den Sack gehen dann will man natürlich andere Seiten aufziehen ist denn da links schon wieder ein Tier oder was ja jetzt Zeit dass wir große Kisten kriegen aber gut tierfit haben wir jetzt auf jeden fall auch schon eine Menge ach scheiß ob ich nehme sie mit ich werde überlegen ob ich mal eine normale Picke mitnehmen soll erstmal also Viehsteine sind ja hier aktuell nicht so wir bräuchten jetzt halt mal zwei drei Steine ne um nach oben das Stockweg drauf zu setzen keine Ahnung was hier immer höher kann eigentlich nicht der Wolf da hinten sein Kamera so machen wir es jetzt ja nicht mal geschafft den Nut hier weg zu kriegen da ist ein Schwein da hinten ist ein Wolf also seht Tiere spawnen hier auch Steine ist im Moment ein bisschen wenig wundert mich eigentlich im Schnee deswegen muss ich jetzt doch schon ein bisschen weiter mal laufen kann natürlich sein dass hier in der Ecke noch einer wohnt deswegen müssen wir Steine wechseln ja direkt am Bahnhaus das kann ja auch was werden ne die Steine da vorne oder der Stein aber daneben ist noch einer der Wiese Warnhaus ist für mich im Moment uninteressant da stehen auch nur diese beiden normalen Kisten keine Waffen Kisten davon habe ich bei mir auf dem Feld da ja alle Nase lang welche stehen ist eigentlich nur der Schredder interessant im Moment die alten Kackwölfe mal so mal so ey angefrackt hier rumstehen ist auch nicht schön deswegen werden wir jetzt erstmal kurz nach Hause zum LKW noch mal Kamera Gibt's ja gar nicht oder hab's ja gesehen ne LKW weggehauen ja ich muss die Phase hier ausnutzen da ist auch schon wieder ein Schwein gespawnt Dinge liegt da noch irgendwo ich weiß pass da nämlich mal mit ich hab irgendwie noch kein Ding ins gebaut springende Schweine oder was ich sag ganz komisch jetzt war es nur ein Schuss oder was boah ich muss irgendwas weghauen Leute da vier Steine noch mal schiss noch mal und los los Gut, wieder eine Runde Save. Der Hammer, so einen guten Start hatte ich echt noch nie. Den Berufskopf werde ich auch mal aufheben, weil da können wir noch mal so eine Maske raus machen. Zurück. Zurück. Gut, das ist der Hammer. So, wir brauchen unbedingt Holz, ne? Das sieht doch schon wieder schummrig hier so ein bisschen. Wo noch geht's? Komme ich hier? Ja, da komme ich doch hoch. Ist doch perfekto. Schon wieder ein Schwein da. Zack. Bisschen Stein brauchen wir noch für die Decke und für die Wand. Und dann sind wir erstmal safe. Mein Gott, schon wieder eine Kiste, ey. Schon wieder ein Wolf da hinten am rumtunen. Ja, was soll ich sagen, Leute? Gut, wir haben auch 25 Minuten. Auch noch eben den hier, den LKW da vorne. Die Lore hier. Auch wieder 15. Ja, die Picken können wir zur Not alle schreddern. Ja, ich bin jetzt hier gerade nicht extrem vorsichtig. Ich zieh einfach knallhart durch. Solange ich nicht einmal gestorben bin. Die ist locker an. Klar erinnert sich natürlich, wenn man hier die ersten sieht. Aber ich meine, wir haben ja schon Schüsse gehört vorhin. Oh, ihr seht's ja, die Ressourcen kommen so schnell hier wieder. In dem kleinen Gebiet, in dem ich mich aufhalte. Alles außer Steine halt. Also mal genau das Gegenteil, wie ich es sonst eigentlich habe. Aber wir haben ja nicht umsonst nur diese kleine Butze gebaut. Gut, Leute, das soll's gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ich werde jetzt nochmal rausgehen, aber ich glaube, es wird eh langsam Nacht. Deswegen werde ich's wahrscheinlich nicht aufnehmen. Wir müssen mal gucken. Und ihr seht's schon. Ich hab jetzt schon keinen Platz mehr. Ich muss also unbedingt jetzt hier den Innenausbau machen. Ich werde nochmal kurz rausgehen, bisschen Holz machen. Dann werde ich hier innen erstmal machen. Dann wird die Nacht kommen, denke ich mal. Dann sehen wir uns am nächsten Tag wieder. Bis dahin. Tschau.